Herzlich Willkommen. Die Partei Die Linke wünscht Ihnen trotz allem ein gutes Jahr 2009. Warum sage ich trotz allem? Wir machen uns Sorge um die Arbeitsplätze. Sie auch. Wir können etwas dagegen tun. Wie die Partei Die Linke, wir wollen den Haushalten helfen, die ein geringes Einkommen haben. Das sind die Hälfte der Deutschen. Wir wollen die Hartz-IV-Sätze erhöhen, die Renten erhöhen und gesetzliche Mindestlöhne einführen. Die anderen wollen Steuerermäßigungen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Das hilft der anderen Hälfte der Haushalte, also denjenigen, die ohnehin ein höheres Einkommen haben. Sie können sich entscheiden, auch bei Wahlen. Jetzt beispielsweise bei der Wahl in Hessen. Dort wird über die Richtung der deutschen Politik entschieden. Ist es möglich, mehr soziale Gerechtigkeit durchzusetzen? Nur Die Linke tritt verlässlich für mehr soziale Gerechtigkeit ein. Und das ist besonders wichtig im Jahre 2009. Lasst uns das Jahr 2009 trotz allem zu einem Jahr der sozialen Gerechtigkeit machen.